Eine weitere Formatierungsmöglichkeit ist, dass der Inhalt der Zelle entsprechend ausgerichtet wird, also gedreht wird. Es gibt hier eine Schaltfläche, die hier sehr schnell das Format zuweist, also 90 Grad nach links gedreht, das wäre dann in diesem Fall das hier, 45 Grad nach links, 90 Grad nach rechts und hier dann nochmal 45 Grad. So rumgedreht. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ich kann hier drauf gehen, Zellenausrichtung formatieren und man sieht hier, hier habe ich so einen kleinen Pfeil, den ich entsprechend verschieben kann. Ich kann hier auch entsprechend die Gradzahl eingeben und kann dann ganz individuell den Text entsprechend schräg stellen. Ich kann hier drauf gehen, ich kann hier drauf gehen. Ich kann hier drauf gehen, ich kann hier drauf gehen.